Wie lange? Sagen? 38, oh Gott! Und wie lange müssen Sie noch? Ich habe das Testament, mein Mann, ach das war, er war lieb, aber er hat eben wie gesagt, hat das Testament dann hinterlassen, 60.000 Euro, ist er bei Beerdigung, er ist gestorben, er ist online und bei Beerdigung 60.000 Euro, das ist dann, meine Freundin sagt, was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? Ich sage, na musst du ja, habe ich ja vorgegeben gekriegt, haben 6.000 für das Beerdigungsinstitut, 500 gespendet, 500 Essen und Trinken und 53.000 war für Gedenkstand. Meine Freundin sagt, oh was hast du für Gedenkstand, wie sieht er aus, wie groß ist er? Ich sage, so.